Ich meine, das ist nicht auf der Eremap Was ist eine Eremap? Was? Ich meine, das ist auf der Eremap, da laufen sie nicht bis zum O fahren Das war ja bei dem Penthouse mal so, glaube ich Weil irgendein Eremap machen sie es Hopsail, down Thread, down Thread, neutral Tango, down Go, go, go Let's go, move, move, move Zone Passte schon Außenbereich Ja, sehr sicher Ich den Hangar Ja, ich From the other side Oh Hallo Thread, neutral Tango, down Was ist da drin? Ich hab den auf dem Flügel und einer, wo rumgelaufen ist Moment, ich hab gerade einen Schatten gesehen Das ist die Leiche auf dem Flügel Ich selber mir noch einer Auf dialen Auf dialen, auf dial down Oh Au Außen, versteckt sind sie Oh Lachen, selber Wollen wir uns da hinten durchschneiden? Nein, nein Ja Ich komme mal kurz. Knüpf! Hier wieder ins große Nei. Passt aufs Fenster auf, gell? Mann, bist du akko! In der Dauster habe ich zwei geschossen und ich glaube einer hat jetzt noch mehr geschossen gerade. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Abwechslung. Tango, inwacht. Optile, inwacht. Tango, inwacht. So, wo bist du denn? Ich geh grad nochmal hinterher raus. Kommst geruscht? Atem steht der Klappe schon vor meinem Haus. Das ist IC. Wir haben zwei verschossen, aber ich habe aber gedacht, dass noch einer auf mich geschossen hat. Der fack, warum verreckt der Typ nicht? So, ich geh mal hier in der Nose. Geh mal nach oben. So. Alles sicher runter. Ich weiß nicht, ob da hinten einer steht. Da ist meistens noch einer drin. Null. Da steht einer selber. Er hat sich ergeben. Nein, er hat sich nicht ergeben. Nein, nicht. Der kniet da vor mir. Guckt in andere Richtung. Den hat sich ergeben. Also. Strömen wir. Da hab ich doch geguckt. Dahinter. Sieht das geil aus. Wenn du da vorbeirendst. Dann hab ich einen scheiß Sammachschlosser gerade. Ich stehe direkt vor dem Feind und schieß zwei Kugeln. So. Jetzt sind. Bereit. Vielleicht. Vielleicht. Mal gucken, wie wir das machen. Also ich gucke jetzt nach rechts. Boah. Warum hast du nicht gesagt, dass du reingehst? So, ich hab doch bereit heißt, du gehst jetzt. Nein, ich hab nur gesagt, ich bin bereit. Okay, so. Sieht gut aus, oder? Hä? Muss nur irgendwann daneben. Das steht mir ja schon gewohne. Wo ist der? Ist der außerhalb? Moment, ich guck mal kurz. So habe ich was er spähen kann. Ja, ganz viel sehe ich. Ist der hier runtergegangen? Also nein. Rear? Mission completed. Was? War das meine, Leute? Was ist dein? Okay. Meine nächste Seite. Ich bin da hinten hoch, oder? Cool.